Barakatha. Barakatha, manchmal auch aus Rambaraakatha, ist ein Engel, der insbesondere in alten, geheimen, magischen Zirkeln bekannt war, die mit König Salomon in Zusammenhang stehen. Barakatha, auch einfach nur Barakatha bezeichnet, also nur mit einem A, wird manchmal als Engel bezeichnet, manchmal auch als Geist und das heißt, dass man besondere Kräfte haben muss, um mit Barakatha in Kontakt zu kommen.